Hallöchen und Willkommen zurück bei Elite Dangerous wieder auf dem Weg zum Rohstoff Abbaustandort heute allerdings mitten im aktiven Crewmitglied die brauchte ich ja bloß aktiv schalten dabei war sie ja schon die ganze Zeit hat aber hinten in der Kajüte gepennt und ein bisschen sauber gemacht so jedenfalls gucken wir mal kompetent 18% und letzte Moment 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 da muss ich wieder außenrum nicht dass uns der Stern wieder rauskegelt hier aus dem Supercruise jedenfalls letzte Folge haben wir insgesamt den gerade mal 20 Minuten 1,3 Millionen gemacht an Kopfgelder leider hatten nicht alle davon für das Community Event gezählt wir hatten vorher 100 irgendwas 1000 und jetzt sind 770.000 also nicht so viel mehr so knapp die Hälfte oder ziemlich genau die Hälfte von dem was wir gestern von den 1,3 Millionen hier gesammelt oder erkämpft haben hat auch nur fürs Community Event gezählt trotzdem gar nicht so schlecht für 20 Minuten das war okay so heute mal gucken direkt wieder in den gefährlichen Abbaustandort so gut Waffen packen wir auf ist alles aufgefüllt alles repariert und so weiter super so jedenfalls hat es dafür gerade mal Stufe 7 ist mittlerweile erreicht hat es gerade mal für die Top 75% gereicht sonst war ich früher war ich ja immer bei den Top 10 manchmal auch Top 5% dabei aber hier hatte ich jetzt leider nicht so viel Zeit bisher mitzumachen und auch relativ spät erst gesehen nachdem die Hälfte schon vorbei war so dann gucken wir doch mal da ist ein Gun Chip da hinten im Dreier ging na danke das andere so lass doch mal sehen was du dabei hast ich habe gar nichts dabei dann lassen wir sie mal im Buggy einsteigen ich habe bloß die ach ne den Rook F und den Galit F ich weiß jetzt nicht ja ist egal bekommst du als erstes mal den hier okay die ist auf Verteidigung eingestellt Experten Gun Chip das können wir eigentlich direkt mal mitnehmen das mal so als Aufwerbung wollen wir doch mal ich hatte gelesen dass es unter Umständen dazu kommen kann wenn zum Beispiel eine Anaconda eine feindliche Anaconda die gesucht ist die man auch gescannt hat die einem halt auch als gesucht angezeigt wird und wenn die dann Fighter droppt so wie wir gerade eben und man den Fighter sofort abschließt dass der Fighter in dem Moment noch nicht gescannt war sondern man dadurch dann durch den Kopfgeld erhalten kann weil der Fighter nicht direkt gescannt ist wenn man die Anaconda gescannt hat da das wohl als einzelne Schiff gilt und man dann doch erstmal den Scan des Fighters auch abwarten müsste bevor man da drauf geht sonst man unter Umständen halt mal irgendwie zehn Minuten warten muss bis man äh äh plappieren bis man wieder drauf schießen kann okay dann nehmen wir direkt mal los gesucht ist die Python hatten wir gestern den Python dabei? ne ne ich glaube nicht was ist das denn für eine eine gefährliche? oh die haben todig oh die hat gut was dabei ich weiß gar nicht warum das jetzt so hoch ging eigentlich war keine Schildzelle gezogen ne okay wer weiß so was haben wir noch? noch ein Gangschiff noch ein oh hallo ja wo ist er denn da hinten? mhm okay du kommt uns direkt erstmal entgegen geflogen können wir mal schauen sieht schon mal gut aus ach Gott hier also schöne Schiffe sind ja dabei mit einigem an Geld das sieht ja schon mal gut aus wenn jetzt noch eine FDL dazu kommt meine Lieblingsschiffe kennt ihr ja die gerne viel viel Geld dabei haben und gern auch relativ schnell platzen können wäre das eine ganz feine Sache das sieht gut aus meine Güter na komm schon dreh ab so danke für die Tipps mit den Glasverwerfern zwei riesige das wäre natürlich schon eine feine Sache auch so eine Corvette dafür die beiden riesigen Mehrfachgeschütze weg die haben ordentlich Bums dann okay ich überhitze gerade sehr sehr stark äh warum genau weiß ich jetzt gerade gar nicht weil die Türme verursachen eigentlich nicht so eine große Hitze na komm macht das Kraftwerk noch kaputt lebt der Fighter noch oder ist er schon kaputt? ah ne nein fliegt er ja so 2 x 36.000 hatte die so ich hab mal geschildert und ne und nen Kühlkörper abgeschmissen genau so Gangchip, Soulchip noch eins eh ja da sind wir schon mal gut dabei mit einigen hunderttausend nach wenigen Sekunden, wenigen Minuten Moment mal da hat irgendein Schiff nicht gezählt alleine die Anerkunde hatte 236.000 ja huch hahaha gut das hatte ich ja lange nicht fuck hatten wir gerade so eine gute Instanz erwischt mit großen fetten Schiffen gut gut die Beta läuft auf jeden Fall noch so also auf ein neues der Fighter ist auch noch da oh hallo ne FDL ja geil hahaha komm mal her Freundchen das war schweizend gut das war aber unfanzig die von 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 Ich muss mich nur darauf achten, wo die Hitze herkommt. Kann halt echt sein, dass das durch die Waffen ist, weil die jetzt ein bisschen gepippt sind. Aber die kleinen Türme haben doch sonst nicht so eine hohe Hitze verursacht. Oh, die dümmelt sich ja einer. Jedenfalls hatte vorhin ein Schiff nicht gezählt. Ich glaube die Pythorn, dafür gab es das Kopfgeld nicht oder vielleicht sogar die anderen Können, das kann auch sein. Toll, schön, dass es diesen Pakt wieder mal gibt. Den gab es eine ganze, ganze Weile nicht. Es gab so ein paar Monate nach Release, mal eine Weile, dass einfach einige Schiffe immer nicht gezählt haben als Kopfgeld. Dass das zwar rechts oben da stand, aber hier in der Liste links nie aufgetaucht ist. Gab es auch noch eine Kampfbelohnung aus den Kampfzonen. So, dann schauen wir mal. Jo, das gehört dazu. Okay. Ich muss jetzt erstmal mein Schild wieder hochbringen. Ist er fertig, die scannt hier vorne? Weiß ich jetzt gar nicht. Na, ist egal. Ist auch gleich verbunden. Okay. Ab zum nächsten Gunship. Munition ist noch genug dabei. Super. Können wir zur Not wieder auffüllen. Ich denke, da haben wir noch genug. An kleinen Brocken. Dabei. Für die Synthese. 47. Bleibt dabei. Jetzt kam es durch den Wunsch. Das war so. Die Hitze. Okay. Schilder sind im Eimer. Nichts den neuen Pfeiler, wenn der kaputt geht. Das ist jetzt ein bisschen am Dorf mit der Übersetzung. Oh Mann, oh Mann, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob die Korvette jetzt lange nicht im Einsatz war, nachdem wir die gepimpt haben. Das nervt mich gerade ein bisschen, dass ich dafür jetzt so viele Kühlkörper einsetzen müsste. Ich habe nicht so viel dabei, aber ich schilde uns jetzt erstmal wieder hoch. Das nervt mich gerade ein kleines bisschen. Ich wollte ja letzte Folge noch gucken. Hier sind die Strahlenlässe. Die Strahlenlässe sind noch nicht gepimpt, sehe ich gerade. Könnte sein, dass es am Energieverteiler liegt, dass der dadurch jetzt mehr Hitze abgibt. Mist. Hm. Naja. Fass. Naja, immerhin auch mal gute Schiffe dabei. Das lohnt sich. So, wie sieht es denn bei der Kleinen aus im Fighter? 26% hoch. Tatsächlich, ne? Das sind schon die drei Strahlenlässe, die das so hoch treiben können. Das ärgert mich jetzt ganz schön, muss ich sagen. Ich glaube der Dreier hängt unten dran. Schalt mal einen aus. Mal sehen, wie es dann ist. Ah, die ist direkt bei uns hier. Jo, ist er. Elite. Uiuiui. Die könnte, die könnte gut was dabei haben. Sind zu zweit unterwegs. Ne. Doch alleine. Huch. Hatte ich, hatte ich schon geschossen. Unter attack. So, jetzt habe ich kurz zwei Lasertürme an. Wir haben schon alle wieder eine Fehlfunktion durch die Überhitzung. Ah, Mann, oh Mann. Das muss ich nochmal irgendwie austarieren. Warnung. Thermal attack. Boah. So'n Sack. Boah, das gibt's ja nicht. Das ist eine für mich, Commander. Das Gegenteil ist weg. Das Gegenteil ist weg. Das Gegenteil ist weg. Hahahaha. Okay, schien zumindest besser zu gehen mit bloß zwei Strahlenlasern. Hm. Ne Wulcher. Ne. Vergiss es. Die ärgert mich wieder zu sehr. Na, gehen wir mal auf die Cobra MK4. Oh, die hat auch nicht mehr viel. Okay. Ach Gott, die hat doch bloß 800. Die versteckt sich hier so ein bisschen hinterm Asteroiden. Ehh. Ich rappe nicht, ich rappe. Oh, die ist los. Das ist ne schöne Anaconda. Geil. so sieht zumindest so aus als ob bisher alles mit zählt weiter ganz am anfang mal eines der ersten schiffe muss nicht mitgezählt haben ich vermute es war entweder die anaconda oder die python so 158.000 oh da kommt direkt die nächste da müssen wir uns mit der hier ein bisschen beeilen ich muss jetzt aber erst mal auf schilde gehen so direkt die nächste schildzellen banken sind wir wieder relativ feuer oh gott ich muss für das eingeschüttet werden die hitze entwicklung vom schiff ist ein bisschen zu krass abseits der schildzellen oh je oh da fliegt ja endlich rein hier unten ist einer ne ich flog vorbei gott sei dank dass die andere anaconda das ist gar nicht was die ihr gerade dabei hatte sagt glaube ich ganz gut aus baut die ab baut doch nicht ab das gesuch so wie sieht es bei ihr aus 32 prozent wird doch langsam dann wird sie irgendwann wieder eine gehaltserhöhung schildzellen ach der da auch ein fighter draußen schnapp ich mir jetzt mal shit fuck 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 idiot seht ihr jetzt habe ich das ausversehen direkt angegriffen und ja shit fecken kopfgeld bekommen ach wie doof ey ach nicht doch die arcade am mensch schiff na ist egal 400 quattest ist es ok ja 10 minuten was ist das denn was ist das denn sich wieder auf neutral verschlechtert auch egal 3er wing 2 wing explorer kann man mal machen lebt meine noch ja 8 prozent schaden die ich mir fast eigentlich komplett selber zugefügt habe das ist erbärmlich da muss ich echt was gegen machen irgendwie ich weiß es nicht muss ich mal gucken wieder eine Schildbooster raus und dafür nochmal einen Kühlkörper zusätzlich der eine Strahlenlaser ist jetzt schon weg das geht seitdem auch ein bisschen besser durch die Empfindung ach eine Igel so das war das 3er Dropship das war das 3er Dropship ja das war für mich Commander Será nehmen wir sie doch nochmal mit muss sie bloß hierbleiben haut ihr jetzt ab aaaaaaah weiß nicht wunderbar kommt schon her kleines wendiges scheiß macht man alle schon eine fehlfunktion deswegen ok da war noch eine andere das sieht eigentlich ganz gut aus müsste jetzt bloß mal auf die sechs minuten warten damit ich das kopfgeld loswerden kann dann müsste ich hier raus aus dem system springen wieder rein und dann erst mal wieder abgeben mal gucken ob es für die top 50 prozent irgendwie reicht ich vermute mal es müsste ja ähnlich viel wie beim letzten mal sein also so knapp eine million ist es vielleicht 500.000 würden dann noch mal drauf kommen wenn das bei der überhitzung so bleibt ich weiß nicht das ist mir gestern nicht so aufgefallen okay da lag es an was anderes dass ich immer überhitzt bin aber dass es jetzt so heftig war baue ich vielleicht den 1 3er strahlenlaser raus und behalte die 2 und baue für den 3er nochmal irgendwas anderes ein vielleicht noch noch mehrfach geschützt weiß ich nicht warum eigentlich nicht schaden macht das ding auf jeden fall genug ich überlege noch wie wir das machen ja ich kann auch doppeln So, bleib'n Hartwecke hier, die kleine Cobra Die düppelt sich auch in der Zeit ab Oh Okay, der Fighter ist kaputt Das geht doch endlich mal kaputt, nur auf den Düppeln im Sack hier vorne Komm jetzt her Gleich mit der Schilde Oh, wie doof, ey Maaaann Huch, ich sehe gerade, ich habe keine Schildzellen mehr Ah, ich rufe die jetzt nicht Ach fuck, das ist die Vulture Ah, die Schildzelle lädt noch, bis dahin werde ich kein Schild mehr haben Oder? Könnte knapp werden Jetzt muss ich bloß noch zünden Ah, fuck Fick dich Vulture, echt, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf Na toll, ey Ach, scheiß drauf Ist egal Ich muss erstmal was einbauen Das finde ich nicht so geil gerade Jedenfalls war's das für heute Ich bedanke mich bei euch Irgendwie hat mein ganzes Schiff eine Fehlfunktion Und 21 Scheißprozent Schaden habe ich bekommen Rrrr Ich ärgere mich gerade wie Sau Ja, überhitzt noch weiter Ist mir jetzt auch egal Haha Schmeiße ich sie weg und kaufe mir eine neue So, jetzt muss ich erstmal hier rüberspringen Um das Kopfgeld loszuwerden Das müsste ja gleich vorbei sein Zwei Minuten noch Jo, ich mache das in der Zeit Und sehen wir uns in der nächsten Folge irgendwo wieder Mal gucken, ob das hier dann noch läuft Oder ob dann schon was anderes wieder am Start ist Bis dahin, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit Und haut rein bis zur nächsten Folge Ciao